Festanstellung, sichere Renten, worauf sich frühere Generationen noch verlassen konnten, das gilt für die heute um die 30-Jährigen längst nicht mehr. Auf der Suche nach Halt und Stabilität haben sie deshalb die Liebe neu entdeckt und passen sie ihren Vorstellungen an. Neonautor Matthias Kalle hat es sich zur Aufgabe gemacht herauszufinden, was seine Generation in Sachen Liebe geprägt hat, wie sie mit diesem Thema umgeht und welche Beziehungsformen sich daraus ergeben. Seine These, Liebe ist Verhandlungssache, denn noch nie wurde in Beziehungen so viel fair und ausgehandelt wie in dieser Generation. Das spannende Zeitdokument einer privaten Revolution. Erstmal für immer von Matthias Kalle erschien im Knauer Verlag.